Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gambit. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Infinity Kingdom. Viel Spaß! Und da sind wir. Gut, dann nehmen wir das hier einmal. Ich probiere wie immer die Dadys fertig zu machen. Da sind sie. Schließlich Drehkampagne im Brunnen der Zeitlampe. Drei Stück. Okay. Warte mal. Damit warten wir. Wir gehen zum nächsten. Besiege die Goblins 10. Drehkampagne. 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 Warte. Drehkampagne. 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 Oh, ich habe verletzte Leute. Oh, gleich. Aber erstmal die Truppen trainieren. 2000 1000 1000 10 Goblins 100 1000 1000 Ressourcen Auf der Karte im Gebiet, im Gebiet. Okay. Also wird doch ein bisschen härt, als ich dachte. 5 Gegenstände kaufen, das kann ich. Sind die oder die, die normale Werbung? Ja, von beiden zu viel. Muss ich mal kurz gucken. Also grün ist mit kaufen, dann ist das andere die normale Werbung. 1 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 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 16 16 16 15 15 16 16 17 16 17 18 18 19 20 20 18 18 18 20 21 21 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24 25 23 22 25 25 25 25 25 25 25 25 1, 3, da, 3, Schussbräule, 1, 2, 3, umfliegen. 4, 5, machen wir es so. Sind ich nach Stärke sortiert, oder? Truppelmacht 1,800. Ich bin die Entsärkos des Theas des Sofias. Qualität nach Macht. Na gut, habe ich ja die Richtige. Okay, schauen wir weiter. Benutze ein Ressourcen-Buff. Ich benutze mal den, genau. Ach, habe ich gar nichts von. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Okay. Dann will ich mal schnell... Ah, jetzt habe ich einen Buff. Ach nee, das ist fürs Bauen. Dann mache ich mal kurz... Das muss man auf Karten einsammeln. 100.000? 100.000. Das ist viel. 39.000. Was ist das? 40,000... 50,000. 50,000... 30,000. 50,000. 53,000. 50,000. 50,000. 50,000. Die Formation ändert. Ich brauche die mit dem weißen Truppel. Warte mal. Hier ist Cesar, der Kliopatra. Kliopatra und... Nehmen wir da neben... Helena... Oder hier... Elisabeth und Mullah. Woher... Grün, grün, grün... Oh! Wo ist denn? Da! Licht, Feuer... Und dann haben wir noch... unser Wassertrachen. Nice! Ladung... 30.000... Auffüllen... Können wir mit dem hier anfangen. Der ist auch ein bisschen größer. Das ist doch nicht... Das ist doch nicht... Und wen brauchen wir dafür? Wo steht das denn, die brauchen? Eine Stunde? Oh Mist. Ich dachte, das geht schneller. Einmal segeln. Okay. Mein Zielgebot ist noch von gestern unterwegs. Ich habe das Spiel gestern auch gehabt bei Plus Deck 5. Ein Gebäude aufwärts. Da habe ich doch hier irgendwo was schnelles. Akademie war das, ne? 5 Minuten. Säge... Verbündete Gebäude... Achso... Und... Ja. Hä? Gut. 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 Gäste las, du musst du unbedingt anklage, gutbur 401, gestern her? Du musst特 pixel ja, wie auch schon gemacht. Ja, so eigentlich kann ich nichts mehr machen, dann werde ich mal schnell die Punkte hier machen. Gut. Hm. Ja, die habe ich gestern gewonnen, Cleopatra, deswegen brauche ich sie mir auch nicht mehr zu kaufen. Cleopatra, da. Ich bin ein Sarkozy des Feahs des Sofias. Ich kann jetzt nur noch zehn Angriffe machen auf die Goblins. Dann werde ich mal das machen. Den habe ich noch gar nicht abgeholt. Die Fünfer Gnome können wir noch nicht angreifen, da bin ich zu schwach für. Deswegen muss ich immer die Vierer angreifen. Aber zehnmal die Vierer. Ah, bin ich auch zu schwach für. Mist. Mit denen hätte ich das geschafft, glaube ich. Ja, und die sind nicht da. Auffüllen. Können wir mal die Formation ändern. Ja. Und da. Erstmal alle weg. Und wir fangen bei der Königin an mit die Schwächsten. Ja. Sieben, sechs. Ich glaube, sechs ist der schwächste zur Zeit. Besser kämpfen, als die Hoffnung verlieren. Fressen Sie die Schoperichotter. Okay. Kleopatra ist ein 1-1. Das war's. Da muss ich für... Die beiden Sechster gehen nicht. Die kann ich nach vorne packen. Dann kommt jetzt, äh, sieben nach hinten. Jawoll. Gut. Auffüllen. Und... Angriff. Das Gebäude ist aufgewertet. Das ist gut. Dann kann ich jetzt so schnell... Akademie eine Forschung machen. Gibt's da eine schnelle Forschung? Akademie 3... Nein. Eine schnelle Forschung muss erst erforscht werden. Okay. Das ist gut. 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 Schütze, Bauernhof, Bauernhof geht hier noch schneller, ok, und schnittig aus. Super-Nexo? Spätlängste Oh, das ist wieviel reingegangen Warum? Ach, deswegen Spätlängste Lalalalala 400 Ich bin bei 5000 0 1 500 60 41 41 42 43 44 Oh, leichte Kavallarie fehlt. Machen wir gleich. Das sind 2000 stark. Ich bin 5000, also reicht das noch. Dann brauche ich jetzt die leichte Kavallarie. Ach ja. Kavallarie. Fünf Minuten auf jeden Fall. Ja, verwendet. Und eine Minute verwendet. Okay. Drehen. Schnell die nächste machen. Mein 10 Angriff nicht durchführen muss. Das ist jetzt Nummer 5. Da 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 da. Der ist schon auf 2. Ach, der fiel noch auf Nummer 2. Das ist 6. Das ist 6. Okay. 3000, das schaffen wir auch noch. 2, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 4, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. 5, 1, 0. Meine Leute werden immer stärker mit denen ich angreife, das ist gut. Tag wieder, Level 9. Und jetzt noch einer und der ist jetzt schon auf Level 4. Level 4 haben wir hier einen hingestellt. Ah, den können wir noch nicht. Aber meine Truppe macht das doch eigentlich schon. Ah, da fehlt was. Leichte Kavalerie. Schon wieder. Ha. Leichte Kavalerie. Was ist das? 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 Ich glaube, hier habe ich auch so wieder dabei. Ich bin der Mellik Tataak. Ich bin der Kindaka. Ich bin der Mellik Tataak. Ich bin der Mellik Tataak. Ich bin der Mellik Tataak. Ich werde meine Behandlung an, wenn die Zeit kommt. Oh, hier. Ich kann es nur ausrüsten. Das ist gut. Ich bin der Mellik Tataak. Ich bin der Mellik Tataak. Schauen wir jetzt nochmal an. 4. Angriff. Auffüllen. Was ist da? Jetzt passt es. Super. Das ist jetzt der letzte Angriff. Und damit ist die Quest fertig. Und ich tue hier nochmal in die Basis rein. Ich würde mal sagen. Die Mauer aufwerten. Weil das war ja etwas, was ich für die Burg brauchte. Da. Die Mauer. Und danach. Schildsoldaten. Die sind da beim Nix mehr dabei. Kurz gucken. Haben wir noch was hier? Ah. Kampagne. Noch dreimal abschließen. Die B. Empfohlen. 5.800. Gut. Hier geht's. Ich klappte mir jetzt nicht knapp. Ach, das ist ja jetzt meine starke Truppe, sehe ich gerade. Sind die nicht eigentlich gerade unterwegs, um was zu werden? Oder spiele ich da schon eine Stunde? Auf der Uhr schon? Nein. Aber 45 Minuten schon fast. So. Da 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 da. Und noch ein Angriff, dann bin ich fertig. Überspringen. Jawohl. 6800. Lol, meine Stammtruppe, mit der ich gefarmt habe, ist sogar jetzt schwächer als diese Ersatzgruppe. Obwohl... Ne, die haben nur mehr Einheiten. Aber die sind noch stärker. Stärke 5900, 5200. Egal. Ich halte doch mit der Ersatzgruppe wieder. Okay. So. 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 Okay. Locker. Flottlich. Und wir enden. Das waren jetzt so bitterlich, dass ich geschafft habe, alle. Oh, da ist. Das war jetzt so bitterlich, dass ich geschafft habe, alle. Noch der letzte, der jetzt überspringt. Ich fahr so langsam mit überspringen. Ach, immer noch nicht. Ich sehe noch nicht. Verbündete geht nicht. Technologie war noch eine Stunde gewesen. Dann möchte ich die hier mal beschleunigen. Aber die ist wenigstens auch noch fertig. Kann ich da auch noch mit einer Beschleunigung laufen? Das schaffe ich nicht mehr. Ressourcen? Nee, schaffe ich auch nicht. Das könnte ich noch beschleunigen. Ja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann nochmal auf die Karte gehen. Mit meinen anderen Leuten was farmen. Die sind hier noch dabei. 13.000. 13.000 haben sie noch. 0.30. Ich hoffe das mit denen. Nicht ganz. Untertitelung in der Fußbidenz. Nicht ganz. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Das ist jetzt. Und Mulan... Hab ich hier eigentlich viel geschafft Aber leider nicht Alles für Für die Daddies hab ich leider nicht alles geschafft Aber hier können wir die nächste Produktion schon mal anfangen Nächste Produktion Nächste Forschung Das geht auch Ich hätte hier nicht gedacht Bei vielen Spielen ist es ja wieder aus Das kannst du Die Dinge jetzt nicht Ausbauen Hätte ich das hier auch machen können dann Ja Ich denke schon Na gut Ich würde sagen Das war's für heute Spielbeenden Ich hab leider die Daddies nicht alle geschafft Oder Die letzte Truhe nicht bekommen die ich haben wollte Naja Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr nochmal nächstes Mal bei der Seite Bis dahin Viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal